Sie hören Radio IBS Leeds am Freitag, dem 6. Juni 2008, die Tageslosung für den heutigen Tag. Liebet den Herrn, alle seine Heiligen. Aus Psalm 31, Vers 24 Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Aus dem ersten Brief Korinther, Kapitel 13, Vers 2 Das war die Tageslosung für Freitag, den 6. Juni 2008. Sie hören Radio IBS Leeds, den deutschsprachigen Dienst von Independent Broadcasting Service Leeds, England, West Yorkshire, United Kingdom. Ich wünsche Ihnen einen guten und angenehmen Tag und ein gutes und angenehmes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.